Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass ich nochmal so ein kleines Craft Update drehe und ich habe noch so ein paar Ostersachen gemacht und zwei andere Sachen und die wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe einmal diese Craft Candies gemacht mit dem Thema Ostern. Ich hatte ja von Hannah diese Stempel bekommen, die habe ich euch ja in der Ü-Post gezeigt und ja, da habe ich mal jetzt Craft Candies draus gemacht, die habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ich finde die sind eigentlich relativ gut gelungen. Ja, ich habe hier mit diesem Stickless gearbeitet von Ranger und habe hier noch so kleine Dekosteinchen gesetzt und koloriert habe ich mit meinen Spektrum Stiften. Hier habe ich auch mit diesem Glitzerzeug gearbeitet, hier habe ich einen Knopf mit drauf gemacht und ja, alles in allem finde ich das eigentlich relativ niedlich geworden. Ja, es sind halt Craft Candies, also es ist halt nicht unbedingt so meins, aber naja, man macht es ja trotzdem. Das zeige ich euch gleich. Dann habe ich Osterkarten gemacht, einmal diese hier. Da ist mir der selbstgemachte Enamel dort hier oben, ja, ist ein kleiner Fail, aber ansonsten finde ich die Karte echt schön geworden. Und ich habe hier unten dieses Hello ausgestanzt. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Mal was ganz Schlichtes, ohne irgendwie viel kolorieren und ja, ich finde die Karte echt schön, die ist mir echt gut gelungen, mir gefällt das. Und dann habe ich so eine gemacht, da habe ich auch koloriert mit den Spektrum Noir Markern, habe so ein Doily drunter, das habe ich mir ausgestanzt und dann einfach nur hier unten in die Ecke Happy Easter. Ja, mehr kann man zu der Karte eigentlich gar nicht sagen, die ist halt sehr, sehr schlicht und macht halt mal, ist halt mal ein bisschen was anderes. So, und dann habe ich noch eine Karte gemacht und zwar diese hier. Die ist auch relativ schlicht geworden. Ich habe halt so Rahmen ausgestanzt und diese Eier einfach nur so auf Motivkarton gestempelt und dann eben auch mit diesen Stickles gearbeitet. Und hier habe ich dann noch so ein Fähnchen dran und ja, dann noch diese Enamel Dots und ja, hier unten habe ich noch ein Ei gestempelt. Ja, also das sind jetzt nochmal so drei Karten und die Osterkart-Candys, die ich gemacht habe zum Thema Ostern und dann habe ich etwas gemacht. Das habe ich, also erstmal habe ich etwas in den Bilderrahmen gemacht und zwar das Bild habe ich vor ganz, ganz vielen Zeiten mal koloriert. Also es ist schon etwas länger her und das stand bei mir hier immer nur so rum und mir war das einfach zu schade. Und ich hatte mir letztens im Teddy, weil ich nämlich was ausprobieren wollte, hatte ich mir einen Bilderrahmen gekauft. Und da fiel mir jetzt vorhin das Bild in die Hand und ich dachte mir so, ja komm. Ich habe quasi dieses Bild hier mal koloriert, das ist aber schon etwas länger her und habe mir jetzt einfach gedacht, komm, das tust du jetzt einfach mal in so einen Bilderrahmen. rein und das dient dann quasi hier so ein bisschen für meinen Bastelbereich, sage ich mal, als Deko. Ich habe dann noch so ein paar kleine Pailletten drauf und den Rock habe ich noch, das sieht man schlicht. Ja, das sieht man echt schlecht. Da bin ich noch mit dem, mit diesem Glitzerstift von, hier dieses Sparkles von Spectrum Noir drüber. So, ja, so, einmal das. Und dann habe ich, wie gesagt, habe ich was ausprobiert. Ich hatte das bei Christina Werner mal gesehen. Also sie hatte das vor ein paar Monaten mal gezeigt, mal so ein Tutorial dazu gemacht, quasi so wie so ein WatchmeCraft. Und ich fand die Idee so mega niedlich. Und da ich ja jetzt letztens von Hannah diese, ähm, diese Einhörnerstempelabdrücke bekommen habe, habe ich mir gedacht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das mal auszuprobieren. Und, ähm, habe mich gewagt. Und dabei ist das hier entstanden. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mega, mega niedlich. Ähm, ist halt echt mal was anderes. Ähm, ja, ich habe halt die Einhörner koloriert mit meinen Aquarellstiften. Äh, bin dann hinterher über die Haare auch mit diesem Sparkle drüber gegangen. Und habe dann, habe vorher diesen Hintergrund, also das ist Aquarellpapier, und habe dann diesen Hintergrund, ähm, mit den, mit den, Moment, mit diesen, mit diesen Distress Inks, mit diesen kleinen, ähm, habe ich mir quasi den Hintergrund gemacht. Und, ähm, ja, ich habe das, ich habe diesen Hintergrund mal mit einem Pinsel versucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht sich mega, mega geil. Weil immer, man sieht jetzt bei den ganzen amerikanischen YouTubern, dass die immer diese, diese, ja, diese relativ großen Pinsel haben. Und ich bin ja immer so ein bisschen, ach, nee, das muss ich mir nicht einmal alles gleich kaufen. Und dann habe ich einen Pinsel bei mir zu Hause zweckentfremdet. Äh, der muss ja auch eine bestimmte Dicke haben. Ähm, und habe das einfach mal ausprobiert, und das macht sich super. Also mir, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir gefällt das richtig gut. Äh, das ist ein richtig schöner, weicher Übergang. Und, ja, man geht eben auch nicht die Gefahr, dass man eben diese dollen Abdrücke hat. Finde ich sehr gut. Ja. Und dann habe ich einfach noch, äh, in der Farbe so die Pailletten geklebt. Und, ja. Ja, was soll ich dazu anders sagen? Äh, finde ich sehr, sehr schön. Und das sind auch definitiv nicht die zwei letzten Bilder, die ich gemacht habe. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall verlinke ich euch unten das Video von Christina Werner. Da könnt ihr das mal sehen. Sie hatte das mit Meerjungfrauen gemacht. Ähm, da könnt ihr euch das mal angucken. Ich, äh, habe es halt mit Einhornern gemacht. Und, ja. Ich werde davon garantiert noch mehrere machen. Jetzt muss ich mir aber erstmal wieder Bilderraum kaufen, weil ich habe nämlich keine mehr. Und jetzt werde ich mich ans Design-Team setzen und werde anfangen, fürs Design-Team zu basteln. Ja, ich bin schon mega aufgeregt, weil die Sachen sind echt schön. Und, ja, ihr Lieben, äh, ich wünsche euch dann, äh, mal noch ein schönes Wochenende. Und wenn euch irgendwas, ähm, unstimmig ist, ihr irgendwelche Fragen habt oder was Besonderes nochmal sehen wollt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich versuche immer, alles so schnell wie möglich zu beantworten. Ähm, und, ja. Über ein Däumchen hoch würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten, äh, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss!